Man sagt, Sie sind die Einzige für diesen Job. Sie müssen das Unmögliche für mich erledigen. Wonach suche ich? Die Summe all meiner Sünden. Lisbeth. Die haben mich reingelegt. Wer sind die? Genau das will ich rausfinden. Bist du nicht Lisbeth Zalanda? Die Kämpferin gegen das Unrecht? Das Mädchen mit dem Drachentattoo? Die Frau, die Männern wehtut, die Frauen wehtun? Nehmen Sie ihr Kind und gehen Sie. Er wird Ihnen nie wieder etwas antun. Wieso hast du allen geholfen außer mir? Schwester? Sie ist es. Sie steckt hinter all dem. Irgendjemand muss immer die Schmerzen ertragen. Jetzt bist du dran. Weißt du, du dachtest, sie hat keinen Plan? Jetzt wird die Welt brennen. Und alle werden wissen, dass du es warst, die das Feuer entfacht hat. Jetzt zu gehen. Nichts. Das sind die froh. Das sind die froh. Teintretäte. Vielen Dank.